Und hier sind wir noch mal bei Isonzo, bei Monteviena. Mal sehen, was es wird, war ganz kurz bei der Vorhelfe rund zwei Minuten etwa dramatisch schlecht. Vielleicht wird es jetzt hier minimal besser, aber nur so minimal. Was für Sie? Schnellen, wir sind die Schmerzen. Schnellen, wir stehen hier vor. Wir haben jetzt hier. Wir sind hier. Wir sind hier, die Leute. Wir sind hier! Wir sind hier. Wir sind hier. So, erstmal preventiv verflucht, so da die Leute auch wissen, dass es jetzt ernst gemeint ist hier. Und los. Da brennt ein Flio. Nun hat zumindest jemand ausgeschaltet. Das können noch viele nicht von sich behaupten, aber wir gehen mit an die Front. Wir müssen sorgen, dass unsere Einheiten hier reinkappen. Wir betracht werden, ob wir Einheiten genügend haben. Ah, nur die Eier getroffen haben und nicht durchbluten lassen. Und einer, der sich, äh, wird aussitze ich im Hafen-Titel und der feine Herr. Nein! Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Sto ricaricando! Guardatevi le spalle! Qui ci serve il supporto dell'artiglieria! Maschinengewehr schützen aus Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh! Ben not, there is one! Ah, no! There isnt there been... Ah, yes, there is just a 11 taken. Ah ja, was der da gesagt hat. Nun, ich würd sagen, das ist eine Sprache von hoher Intelligenz. Dann nehmen wir es. Ah ja, was der da ist. Was, ob so freundlich immer sein. Hier gegen die Kamerade auch. Einfach nur fragen, ob sie was zur anderen Seite kriegen können. Einfach nur so, äh, die weiter anschauen kann. Au. Au. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. jetzt haben wir einen durchsprung an den lingen hier da wurde jemand brutaler stock da geht das so und die jahre in der rio preparatete die radadzi obete bombardiere quale positionen manchmal verstehe ich irgendwie Au! Da habe ich mich nicht getroffen. Avanti! So! äh äh meine äh momentan spawns sind sehr benachteiligt schmerzhaft nachteilig schmerzhaft nachteilig schmerzhaft nachteilig schmerzhaft nachteilig die schmerzhaft nachteilig Granate. War ich doch für uns oder für den? Okay, wir haben schon mal ein bisschen Stattel, schon mal etwas. Das war unser Jujus. Wieso kommen die jetzt auf unsere Seite? Aha, wir wurden sabotiert. Und so, wenn das da ein bisschen aufgewandt wird an dieses Seite. Ich bin nicht aufgewandt, ich bin nicht aufgewandt. 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 Scheiße, schweine! Muoversi! Ammattete, scomaglia! Dovete bombardare quella posizione! L'artiglieria sta sparando su queste coordinate! Attaccate! Colpiamoli duro, ragazzi! Colpiamoli duro, ragazzi! All'attacco! Colpiamoli duro, ragazzi! Blu-roch! Blu-roch! Asperger-roch! Nel Naja, so, äh, ich war ja dabei beim Kommentieren, ich war noch, äh, ein bisschen, äh, gerade abgelehnt, wie man sich, äh, gemerkt hat, äh, ein bisschen, äh, still, aber, so, wir sind da, wir sind hier am Bau, wir sind hier am Sturm und ich gebe das so wie vor die Runde, also, äh, kann ich mich nicht über die Runde nähen Eww Verdammt, ich wollte Befehle gehen. Oh, der Befehl läuft allen hier, aber nein, die haben mit mir verweigert. Verdammte Apfelbücher. Das ist besser wie das Schirrück, so schnell zur Küche je. Das hört sich an wie ein stürmender Soldat. Oder hört es sich an als ein stürmender Soldat. Autsch. Aber der ist eigentlich ein starker Rüst. So, einmal weiter stürmend. Autsch. Ich brauche ein paar Leute mehr, sonst kann ich da kein Befehl hinabuchsen. Das ist schon fast eine reiche Notwendigkeit. Ich brauche die Schuss auf die Hebel. Ich bin überlebt, glaube ich schon. Aber die sind aber gut, wenn wir die Komponieren sind gekommen. Ist dazu ein sehr kleiner Nachteil. Aber für uns. Äh, nichts hilft in das, was ich befördern kann. Oder reinschwören. Wir können hier nichts rein beschwören. Das ist schade. Hier haben wir uns mal wieder hochgesetzt. Das ist sehr, 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 sehr schwierig. Das war nur einer von uns. Na, den treffe ich wohl, äh. Äh, die ist schade. Wieder einer von uns. Den treffe ich. Wieder einer von uns. Jetzt stehen fertig. Oh, ah, ja, ja, warte. Fadda herz. So, jetzt habe ich den Befehl noch B geben können. Da kommt schon wieder Bomben und Staffeln. Oh, was ich hier bin, ich bin ein Trincher. Hier, guck wo ich dich rein befehligen kann. Oder beschwören. Gleich voran, ist besser wie ja. Das können wir machen. Können wir machen. Mal seitlichen Abschnitten machen bei der AS-Lösung. Es gibt hier keine, die uns hervorheben stechen wollen, das ist schon mal etwas. Ah, hat der Jura auf mich gewacht. Und ja, da bin ich, wie ich. Oh, heile ich dich auch, also... Oh, hey, da ist ja keiner los. Ja, das hat er auch gemacht. Ah, okay, da war er bald da, ne? So, mal wieder die Charge Order und da auch Leute anwesend sind. Das ist sehr tief an dir. Das ist das gesundeste. So, den haben wir auch nicht. Den haben wir auch nicht. Und wir haben die Boxen stört. Aber so wird das immer auf dir auch. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Manchmal sind Pistolen nicht das, was sie mal waren. Es ist schade. Aber so ist das Leben auch. Manche Dinge waren früher irgendwie besser. Getroffen, aber nicht getötet. Gleichzeitig. Akzeptabel. Das ist ein akzeptables Ergebnis. Nein, ach verdammt. Ich bin ein bisschen vorstelle. Ah. Da ein bisschen. Das ist ja auch gleich rein. Oh, das wird schon. Das wird schon mal ein Problem für den Feind. Und... So. Gut, ihr macht noch mal die Preise. Dass ich da überhaupt nicht rauskomme. Ah, ich bin noch mal fies heute. Das ist nicht. So. Ehi. So. 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 Ehi. So, da habe ich mal den Counter-Medic gemacht, einfach zu töten, eh, bandageert. So, da sollen die Einheiten bleiben kommen. So, bot ausgeschaltet. Oh, das wird jetzt ein bisschen, äh, nachhaltig für die Feind. Oh, den habe ich eigentlich lebe lassen, bis sie. Sehe ich irgendwo hier noch ein Schnitzel, äh, Räder. Stopp. 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 Oh, mehr Vorsorgehen! Das wird nicht so schön stehen! Das Fleisch war nicht für mich, wenn ich ein bisschen zu früh da rein ranne. Wir waren die guten daneben. So, und wieder Einheiten rein fördern. Auch hier habe ich gar nicht gesehen sollen. Wie nachgesagt? Eigentlich. Aber eigentlich habe ich ihn nicht gesehen. Denen Filz. Ach, ich habe ihn nicht gesehen. Okay, ich werde das Fleisch rein geholt. Da war die Kriss-Pesche ab mit seinen Picken. Also, ein Misch-Sinnung. Das kommt aber in die nächste Reihe rein. Da kommt noch ein Sauboffer Verstärkung. Und, äh, WDL-Signal läuft jetzt Schluss. Und der auch. Ach, hab ich. Au. Ui. Halt die blauze Waffe. Weiter. Und gewonnen. Sieh mal einer. Rucki's Comfetti. Bitte fange un ottimo lavoro, ragazzi. So. Ah ja. Guten Tag. Schnell fährt mitgucken. Äh, fährt mitgucken. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Isonzo. Bis denn, äh.